Tattoo und Muttermall für Smartphone-Management Elektronische Tattoo wurde bereits für den Einsatz in Gadgets von morgen angekündigt, zum Beispiel 5G-Smartphones, Medizin und Robotik. Aber die Entwickler hören nicht auf. Der Prototyp Touchscreen, Indikatoren und Kontrollen Smartphone auf der Website ihrer Haut, ist nicht mehr so eine Fantasie. Ultradünne elektronische temporäre Tattoos sind jetzt in der Lage, den Bereich ihres Körpers in Touchtasten zu verwandeln, so dass sie zum Beispiel, ihr Smartphone mit ihren eigenen Falten und Sommerspossen zu kontrollieren. Menschen, zum größten Teil, erinnern sich sicher an den Standort ihrer eigenen Geburtsmarken und Muttermalle, was sie zu idealen Orten für Sensoren macht, sagt Martin Figgel von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, Deutschland, der das Studium leitet. Sie können einfach eine Sommerspossen drücken, um einen Anruf zu beantworten, oder halten Sie Ihren Finger über die Knöchel der Bürste, um die Lautstärke zu ändern. Figgel und seine Kollegen an der Universität verwendeten elektronische Tinte, um Drähte und Elektroden zu drucken, die dünner sind als ein menschliches Haar auf spezielle temporäre Tätowierung Papier. Sie werden mit Wasser auf die Haut übertragen und können für mehrere Tage verwendet werden, bis ein vollständiger Abrieb auftritt. Trotz der bestehenden Beschränkungen ist Harrison zuversichtlich, dass elektronische Tattoos der nächste logische Schritt in der Entwicklung von tragbaren Technologien sind. Es wird ungefähr zehn Jahre dauern, bis wir Touch-Tattoos in breitem Gebrauch sehen, sagt Harrison, aber er sagt eine Zukunft voraus, in der das Management durch elektronische Tätowierungen die neue Norm werden wird. Es gibt digitale Tattoosalons, in denen man am Jahr 2050 und fünf Minuten später mit dem iPhone 22 auf dem Unterarm aussteigen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017